die nicht mal erinnern können ach nee das war's guter wenn er liebt ja er lebt noch erlebt noch erlebt noch kennt ihr das ja wo er lebt noch im erlebt noch mehr lebt noch ja und wie es ist er und ich stehe liebigen die stehen liegen er hat die eben von euch medikits er ja warum wo es nicht kann nämlich Punkte machen okay vor allem ich will ich will die Leute Toco aber immer ist ich hab doch eh schon zu wenig Punkte ihr habt Rücksicht nein er bleibt los mein aber nicht zerstört nur ein das für ich habe noch ein Sorte Luptein verzieht ich bloß tun hau ab hau ab auch hinter euch hinter euch hinter euch das ist ein Markierung auf der Karte ich weiß nicht ob er schon tot ist mal ein Mann OO es ist echt spannend ich bis mich gleich ein ich hatte gerade eine Rakete fliegen sehen er ist irgendwo einer ich bin wieder bei der anderen ich weiß ich habe ihn auch gesehen gut der andere ist tot auch Mann der Camper 20 zu 6 nicht mal so schlecht was ich auf jeden Fall noch sagen wollte oh Mann was ich auf jeden Fall noch sagen wollte dass das letzte Mal mit Delta ist das habe ich hier im Ankündigungsvideo total vergessen tut mir leid Delta wirklich ja ich hab gut ich hab nur so ich hab nur so das Hauptthema für mich war so am Anfang so nur Mumpf weiß Mumpf, Debit, LP, Pipapo, bla bla oh ich habe ihn fast gehabt komm noch einer komm ja nachladen oh verdammt wer fährt da gerade jetzt fährt ein fremder Mann jetzt fährt ein fremder jetzt fährt ein fremder ich glaube Kante Barth ist uns nicht nachgedäunt schade eigentlich warte der Heli der Heli der Heli der Heli der Heli der Heli ist da irgendwie besoffen da so voll im Zickzack komm jetzt 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 komm nee ey komm Heli dreh um Alter ich will den killen irgendwo links auf dem Berg ist einfach ja 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 komm der fliegt richtig rum ich komme ich hier links rum wo ist denn der Kaki jetzt kommt traurig Koko 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 ich sehe zwar aber ich habe keine Chancen zu treffen schnell du Mumpf Hoheit und ich hasse dich Mumpf jetzt gegen mich nur in einem Avatar oder waren Gegner und ich habe gerade aufgestanden meine Hose zurechtgezutzt so hoher war am zwei in die 6 und 3 C Delta Reanimierich Boden ist er wieder er so wie besoffen jetzt jetzt vor Ort mit Mist Karte meine Fresse die Fertin der E-Komm Warte E Mars sie fahren Loll, hast du den Baum gesehen? Hoffentlich liest er auch die Nachricht Ich bin mir nicht sicher, ob er es versteht Ja verdammt, dort unten ist der Arsch! Der dort, wo ich gestorben bin, ist dein Gegner und er schaut gerade nicht dorthin Du solltest ihn sehr leicht von hinten messern können Ok, dreht um, er dreht um, Achtung Oh fuck Ja, von der Linken ein Panzer Ja, das ist auch kein Skill Nein, ich hab ihn noch fast erwischt, ich hab ihn noch gesehen Verdammter Panzer, hey, du lebst noch? Oh, ja, ich hänge hier an so'n dummen Ästchen fest, ey, war wieder klar, ey Oh, Panzer! Leute, wir haben jetzt irgendwie voll in den Hinterhalt von einem Gegner gerannt So, ich ungehe den jetzt Ja, verdammt, boah, hast du noch ein Panzer, ey, pass mal auf, ey, da sind überall Panzerloops Boah, das gibt's doch nicht, wie viele Leute sind bitte sehr dort Oh oh, ich bin gerade angeschossen worden Ich bin verletzt! Boah, wie viel Stärkung! Over! Das ist auch hier so geil in Battlefield, wenn ich so Ich bitte um Abholung, over! 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 Nein, hier in Battlefield, ich bitte um Abholung, over! So voll so, als wird dem Krieg keinen Spaß machen, das ist doch so Das war früher bei den Reanimationen, hat der Magic immer gesagt Boah, das riecht nach Grillfleisch oder das Ding, irgendwelche, irgendeine solche Dinge Echt heute sagt er, du sollst dich besser fühlen Ja eben, aber so ganz früh hat er vor den ersten paar Updates, du riecht wie nach Grillfleisch Und das ist ein Hurensohn Oh, das ist ein Gegner und ich habe Lebt, du Hurensohn Nein, scheiße Oh, ich will mein KD schon wieder gar nicht sehen, aber ich habe wahrscheinlich voll viele Punkte wegen Reanimieren Ma Komm, 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 komm Saukrasse wie ein KD Was habe ich für eine KD? Weh, ihr sagt die mir Äh, 1 in 1 Ah, geil! 6 zu 6, 6 zu 7 gleich, ha Das ist mal rekordverdächtig Ausrüstung Boah, verdammt, 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 der Panzer hat mich gesehen Ja, ich habe die PP, die PP 2000, nee, scheiße Die F2000, verdammt nochmal Chill mal dein Leben out, Alter Kann mich jemand reanimieren? Delta? Nö, 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 nö Du bist eh, ha, ha, Delta ist gestorben Ich schau mal bei dem Unbekannten Ich bin der Beste Oh, oh, man M2 für 0 Oh, man Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Sani-Töter Obwohl, das merkt die meisten KD, äh, Ding, X Oh, let me do'rmarsch Ja, ihr wisst was, beschafft Ich habe irgendwie einen Service Nee, mach ich nicht Oh, jet, 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 jet So, jetzt zeige ich der Welt auch noch meine Flieger-Skills nicht Ha, Delta, ich habe ihn, oh, verpiss ich, verpiss ich, nein Verpiss ich doch Oh, das ist ein Heli, das ist ein, ah, ne, das ist ein Jet, das ist ein Jet, boah Jet, cool Delta, komm, ist Arthur Oh, oh, boah, was macht denn der für Scheiße Ah, ah Oh, man, der wird viel besoffen, das ist voll fies Freut euch des Lebens Freund euch des Lebens Come here motherfucker Ich kriege dich doch nicht Das ist hier jemand anderes Alltag, doch wir können nicht die ganze Zeit hierherumstehen Also wir können schon, aber das ist nicht gut Ja, ich bin so langweilig Du siehst doch wie ich kann äh wo bist du ich bin hier im Jet also heißt es ich stehe sowieso nicht rum aber ich habe ich den Penner nicht komplett mal stehen bitte hatte mal still wie soll man denn so treffen wo ich bin dann sie ist worden scheiße nein mal voll die Rollen machen so mal gucken auf meine mit meinem vielen Skill und können habe ich es ist schon jemand drin du voll Spaß jetzt komplett ist Fahrzeug oder was nein er hat der Tag bei Kanzler mit dem Kanzler oder siehe ich will mal ich immer kam die Katze nach dem Boden das auch nicht in die Waren habe ich ihn getötet Jarten Neuer ja ich fliege in den Rhein und der Kild nicht ihr könnt ihr bei mir Spont von Blüten zu ihm ist so lange ich kann Bock mehr also ehrlich die Hälfte ich und dann auch immer gar nicht Ebi für die Füße wie lang geht die Runde überhaupt noch sehr lange näher ich bin ich gern das ist ein scheiß wir gewinnen Alter wir sind blau aber verdammt wir verlieren Aros worauf schließt du das ist das auch keine Ahnung das heißt immer zu A dittentivt Rochel offenbar in den Nettigern schießen aber ich sei gar gestorben ein Druck ist ausgestiegen Tja ha so ich habe das was ohr als bin ich tot ja kurz vor Übernahme war ich tot der Spacken Eich auch mann Petite Mousse Petite Mousse Lüppity Mousse und du lebst wieder Oh danke Gott sei Dank ja aber die Punkte für die für die Prozent Neutralisierung jetzt trotzdem nicht ja die haben nur ich bekommen so ein Scheiß ey wir so einsteigen davon ist ah ja der ist ja voll weit weg hallo alter ja übertreibt man nicht Mensch jetzt ist ein paar mir Alter das ist das was der ich bin in deinem Team du Moum Leute ich hab den angeschossen er ist gestorben Alter ohne Witz was soll denn das hat der Delta ah ich reanimiere mich welcher hässliche Pisser warnt das das war Delta verdammt nochmal was bist du für ein Spaß und so wie ich hab ich den Skype ey ich hab den angeschossen und du Uff was die Sanktel er trifft gehen am Ende der ersten Rückwärtsalto hinter uns hinter dir hinter dir hinter die Erwache mit du bist dort wird gestorben bin ist einer ich hab ihn noch erwischt man mag sie auch nicht mehr ja geschafft Merci ich hab noch neun Prozent Leben ich werfe mir da jetzt mal ein Medi-Kit hin oh oh da vorne da unten ist glaube ich einer habe ich gerade einen gesehen ja ist tot ach man den wollte ich haben ja aber dafür habt es überall andere Gegner die wo seht ihr da einen ah ich seh ihn auch Hilfe bei Z da hinten ist nochmal einer boah ich hasse das doch wenn mich jemand in die Kille klappt Punkte für die Reanimation wenn habe ich ja nicht von euch da vorne ich habe eine Wischkuh das kein Gegner okay ich weiß nicht so ich geht aber ich habe mir die Punkte ja auch mal an und dann kommt ein Gegner so pass mal elf ihr nübs ich mach jetzt auch mal einen Sniper jetzt können deine auf den Enden sehr viel sehen ja jetzt zeige ich noch in allen Klassen kurz wie ich keinen Skill hab und dann Bastische Petit was Petit Mousse ne Hure Petit was Petit Mousse ne Mousse ist doch ne Hure gewesen ach was Mousse de Chocolat ja genau kannst du kein Französisch wie du am Ausch der Welt ja gut ja warte 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 was ist denn ich fahr doch nicht Halt Stopp Halt Stopp Halt Stopp jetzt rede ich ob es dir passt oder nicht jetzt rede ich Halt Stopp hochdesige Zickel und das beste noch stellt dir anscheinend hochgiftigen äh Haushaltschemikalien wo stellst du also hin neben die Corn Flakes das nenne ich mal einen guten Vater oh jetzt hab ich ihn grad gehabt ey Hilfe bei Kill natürlich wieder Toco LB du bist aus der Toco du bist im Fall auch nicht aber ich denke gerade schlecht ja ich weiß danke für das Kompliment ich hab natürlich wieder nur Sniper Alter mit G36 hätten gekriegt so ne kein Bock mehr ach ich geh wieder Pionier Alter warum spiel ich überhaupt andere Klassen ey Pionier ist doch einfach das Geilste Alter ach man mit den anderen werd ich immer gekillt Alter ja oh jetzt hab ich Versorgung genommen oh man nein ha du bist tot ha 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 bleib stehen bleib stehen bleib stehen oh ach man ha du bist tot warte ich schreibe jetzt du M249 Noob ich war auch nicht grad selber einer oder so ne jetzt einfach da Pionier Bums der Delta war wieder mal AFK ja sorry mein Vater kannst du auch nicht Bescheid sagen oder so deine Väter meinst du ah ha 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 ok nein ho 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 wixer hat ne Vater und ne Mutter wie jeder normale andere Mensch du wixer streiten sich deine Väter auch immer drum wer die Frau sein muss wer jetzt ins Hintertürchen gehen muss wer durch den Hintereingang gehen muss und wer den VIP Bereich nimmt er hat den VIP Bereichen nicht ausgedrückt VIP ja ich wollte sagen VIP Eingang benutzt aber meine Wörter haben sich wieder in meinem Mund voll überschlagen ey davon er rennt einer der wollte ich auch grad haben aber irgendwie ey meine Aiming Skills sind auch so für den Arschmann weil du bist dann halt vorbeigeworfen ich hab ein zum einmal einmal sehe ich einen Gegner und dann killt mir mit dem ja killt mir mit dem Klau klar da oben rennt einer und will meine Bergspitze einnehmen das gibt's ja wohl nicht meine Bergspitze die nimmt niemand ein das ist meine Bergspitze oh oh ich glaub davon sind grad welche ja das sind welche und ich hab sie gesehen und einmal geschossen und nein krieg's natürlich wieder nicht aber da sind nochmal Gegner wo er sagt hat er bleibt ohne Witz überall Gegner um mich rum sich bei die Markierung das ist so bei ihm bald das hat es nur Gegner ich kack mich auf alle anderen ich habe einen erwischt einen von 1000 bis noch dort ja immer noch ich muss zugeben das hätte ich nicht erwartet verdammt warum weil ich sie nur ein ich habe auch als habe ich nicht nicht mal vorliegt die Kiel gehabt er und dann er hat sie lebt doch noch aus dem Panzer von unten vom Flussbett der hat direkt zu einem ersten Weg geht es um auch was auch was auch was man es soll sich ohne Scheiß gleich bei euch ganz klar okay für auch noch drei zu sein ja da kriegt man hat viele Experten zu sagen der Panzer mich getötet wenn ich jetzt mal Versorgung schnell bald bei Waldrein schnell kommen und ich würde sich machen die haben die ganze Prozent Positionen und jetzt und zuerst und und singen auch auch nur jetzt schon mal wir haben bestimmt verloren jetzt können wir gerade schauen wie viel ich war der Beste von uns das ist auf jeden Fall die Haupt die Hauptsache aber es ist nur für Nubach und zwar die Buchseite ich mehr von was eine KT über 1 ja ich weiß ich bin weniger gestorben als wie du so was wirklich er hat guckst er die Städte wo habe ich gekriegt richtig viel xp Goyle Gagel 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 Or wie für wie viel xp kriegt er noch KT aus der Städte Gagel was solltet haben sich und auch mal der 20.600 nach ihr habt ein Talent dazu mich immer unglücklich zu machen rückwürdig so da mache ich jetzt nicht mehr so man sieht sich wenn der nächste Aufnahmesession wieder es gibt es genau zwei von bis zum nächsten Mal Schau Gagel 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 Gagel